Du bist jung und neugierig, hast viel vor im Leben und probierst gerne neue Dinge aus. Und wenn da mal etwas nicht so rund läuft, schützt dich eine private Haftpflichtversicherung. Egal ob du einen Unfall mit dem gemieteten Fahrrad hast oder du beim Umzug einer Freundin etwas Teures fallen lässt. Die Privathaftpflichtversicherung der Provinzial speziell für junge Leute prüft im Schadensfall, ob und in welcher Höhe Schadenersatzpflicht besteht. Schon ein kleines Missgeschick reicht aus. Deine Privathaftpflichtversicherung bietet dir Schutz vor den finanziellen Folgen. Du kannst sie jederzeit anpassen. Flexibel wie dein Leben. Check doch mal, ob es auch für dich Zeit für eine eigene Privathaftpflichtversicherung wird. Lass dich beraten oder schließe direkt deine eigene Privathaftpflichtversicherung ab. Provinzial